Musik Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen hinter mir eine der größten und komplexesten Baustellen im Freistaat und hier entsteht auch etwas Großartiges. Musik Die Universität bekommt einen zweiten Campus in der Stadt Jena, der Freistaat baut ihn für die Universität und wir als Stadt Jena können glücklich sein, eine Stadt mit Universität zu sein, eine Stadt mit einer starken Universität zu sein und außerdem eine Stadt mit einer Universität zu sein, die mitten in der Stadt liegt, mitten am Leben der Stadt teilhabt. Die altehrwürdige Alma Mater in Jena bekommt einen neuen Campus. Der Inselplatz wird zu einer zentralen guten Stube für Jena, für die Hochschule, für die Studierenden und für alle Menschen, die mit dieser Hochschule verbunden sind. Der Campus Inselplatz ist ein innerstädtischer Campus und uns war von vornherein wichtig, dass er ein offener Campus ist, nicht nur offen natürlich für die Studierenden und für die Lehrenden, sondern auch ein offener Campus für die Stadt. Und wir freuen uns sehr, dass es dem Architekten-Team gelungen ist, einen solchen offenen Campus, der begehbar ist, durch die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt zu entwerfen. Das Besondere an diesem Baufeld ist, dass wir uns im Rahmen des quasi historischen Grundrisses bewegen und an diesen Baufeldern des historischen Grundrisses eine moderne Architektur errichten. Und diese moderne Architektur ist das Ergebnis eines offenen, zweiphasigen Architekturwettbewerbes. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut, diesen Wettbewerb in zwei Phasen gewinnen zu können. Und das ist auch für unser Büro ein sehr, sehr bedeutender Auftrag. Stadtentwicklerisch ist es auch bedeutend, dieses Projekt. Neben dem Eichplatz ist der Inselplatz eine weitere große innerstädtische Fläche, die lange brach gelegen hat, sehr zum Bedauern vieler, die uns jetzt aber die Chance ermöglicht, genau ein solches Projekt überhaupt noch ins Werk setzen zu können. Ja, die Baumaßnahmen werden im Winter so zum ersten Mal für die Einwohner von Jena auch dann aus dem Boden raus ersichtlich sein, so dass wir die Kellergeschosse dann abgeschlossen haben, zumindestens von zwei der fünf Objekten die Baugrube verlassen und in die Höhe wachsen, so dass man Anfang nächsten Jahres die ersten Obergeschosse entstehen sieht. Der Campus Inselplatz ist ein ganz wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem innerstädtischen Campus der Zukunft. Ich freue mich, dass wir mit viel Geld dafür sorgen, dass Baulücken in Jena geschlossen werden, aber diese Universität auch ein neues, gutes Gesicht bekommt. Der Inselplatz, der neue Campus in Jena für Thüringen, für den Universitätsstandort Thüringen. Alles Gute! Alles Gute dieser Baustelle, alles Gute der Universität, alles Gute dem Freistaat. Das ist das Ganze. Vielen Dank.